Ich bin eigentlich gekommen, um Ihnen Zeit zu sparen und ich denke, es gibt so ein Wort, das heißt Entschuldigung, ich finde das geil. Also irgendwie so auf dem Boot gefahren ist, man kann nichts anderes tun, man denkt an das Wasser, man denkt an sich, man denkt an die Tour, finde ich gut. Und das will ich jetzt machen mit Ihnen gemeinsam, ich verschaffe Ihnen einfach mal eine Pause und erkläre Ihnen jederzeit, was wir machen, damit Sie in Ihrem privaten Leben bitte jetzt nur an sich denken. Alles, Firm, alles weg, wir sind jetzt weg, es geht nur um Sie. Was machen wir? Das Problem der letzten Meilen ist bekannt, da erzähle ich Ihnen auch nichts Neues, ich muss ja nicht mal einen Spannungsbogen aufbauen, ich muss Ihnen erst mal erzählen, dass mit dem Paket eigentlich der Aufwand auf den Empfänger, also auf Sie, verlagert wird und dass Sie dann dem Paket hinterher rennen, ich muss Ihnen nicht erzählen, was Sie jetzt da alles sehen, was Sie eigentlich ja noch ganz andere Sorgen haben im Leben. Wir denken aus Ihrer Sicht und eigentlich müsste ich hinter Ihnen stehen, weil wir gucken gemeinsam auf den Logistikprozess von hinten, aus Ihrer Sicht. Was haben Sie denn für Sorgen? Sie haben doch ganz andere Sorgen, als ein Paket anzunehmen. Das müssen Sie besorgen, jenes müssen Sie besorgen, das müssen Sie besorgen, alles Mögliche. Und den Aufwand haben wir beziffert, das sind Daten vom Statistischen Bundesamt. Sie brauchen, um ein Haushalt zu besorgen, zwischen sieben und zehn Stunden pro Woche. Und legen dann noch einen Marathon zurück. Jetzt kann man denken, gut, das macht alles meine Frau. Man kann auch sagen, gut, ich habe genug Kinder, die das für mich tun. Aber ich meine, wir sind diejenigen, die das versuchen, Ihnen einzusparen. Wie machen wir das? Wir haben auch eine Plattform. Wir haben eine Plattform, wo Sie wie im Outlook sehen, was ist heute für mich eigentlich alles dafür. Wir kommunizieren mit Ihnen. So, da kommt einfach, was Sie hier schon sehen, kommt einfach mal rein. Wir haben ja vier Sachen, die mich heute betreffen. Paket von Adidas, dies und jenes, alles Mögliche. Und dann steht Technikbehäl. Oder war, mache ich das doch einfach? Ich kann in dem Moment verschiedene Transportausträge sofort übeln, aus Ihrer Sicht. Ich kann sagen, okay, ich nehme die Hemden aus der Reinigung. Ich nehme Breve Fresh. Ich nehme das Paket von Amazon, von Hermes. Nehme ich alles mit einmal an. Lege den Termin fest. Und jetzt können Sie sogar noch den Ort und den Zeit selbstbestimmt, wann es da sein muss. Sie können die grüne Logistik geben, die ist jüngstiger. Dann machen wir Ihnen Vorschlag, wann die Zeit da ist. Dann sind wir davor oder nach innen geografisch optimiert. Sie haben Track & Tracing. Sie haben alle Informationen zu Ihrer Zeit. Funktioniert das über einen IT-Book. Sie kriegen eine Adresse. Da schicken Sie alles hin. Für den Privatkunden, also für Sie, sind wir so eine Art Reziersche. Und für außerdem sind nur die Blöder und Neuzgemeinde. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.